Auf Gartenliebe.de können Sie Pflanzen und Zubehör für Balkon, Garten und die Fensterbank bequem von zu Hause aus bestellen. Was genau passiert, nachdem Sie auf Kaufen geklickt haben, möchten wir Ihnen hier zeigen. Bis zu Ihrer Bestellung sind die Pflanzen bei erfahrenen Gärtnern in besten Händen. Unsere Partnergärtnereien sind jeweils auf bestimmte Pflanzen spezialisiert und aus diesem Grund in unterschiedlichen Anbaugebieten innerhalb Europas ansässig. Ob auf freiem Feld oder im Gewächshaus, unsere Pflanzen werden liebevoll aufgezogen, fachkundig gepflegt und warten nur darauf, von Ihnen bestellt zu werden. Dank größter Sorgfalt und dem sprichwörtlichen grünen Daumen erhalten Sie Pflanzen in Premium-Qualität. Nach der Bestellung werden Ihre Blumen innerhalb weniger Tage aus den verschiedenen Gärtnereien angeliefert, in unserem zentralen Pflanzenlager gesammelt und für den Weitertransport vorbereitet. Auf allen Zwischenstationen werden Sie von unseren Profis optimal versorgt, damit Sie sich lange an dem frischen Grün und den farbenprächtigen Blüten erfreuen können. Wir sorgen dafür, dass Ihre Pflanzen zügig und fachgerecht versandt werden. Dazu gehört inhaltsschonendes Verpackungsmaterial, das die empfindlichen Artikel schützt und ein stabiler Karton, den Sie bei Ankunft an unserem Gartenliebe-Logo erkennen. Am Ende des Lieferwegs erhalten Sie Ihr Gartenliebe-Paket mit hochwertigen Gartenartikeln und gesunden Pflanzen, auf die wir sogar eine Blüh- und Anwachsgarantie geben. Schließlich wollen wir, dass Sie mit Ihrer Bestellung vollkommen zufrieden sind und Ihr Garten, Ihr Balkon und Ihre Terrasse dank Gartenliebe richtig aufblühen. Gartenliebe – Ihr Online-Gartencenter mit Herz